Hallo Mountain Climbers, wir starten aus einer Plank Position. Wichtig wieder in Plank Position, Rücken bzw. Wilbelsäule neutral in eurer Linie. Aus der Position gehen wir her und berühren mit rechten Knie den rechten Ellbogen. Wieder in Startbeut schon der Tour, linkes Knie, linker Ellbogen und das Ganze im Wechsel. Very nice Mountain Climbers.